Ja, ja, du Sackgesicht, hab ich dich erwischt, Alter, hab ich dich erwischt. Oh Mann. Oh, Deckung. Doc, sie müssen mir helfen. Da drin ist nichts mehr. Alles schwarz. Geht's dir gut? Was ist mit ihr? Was ist denn mit ihnen? Sind sie krank? Das ist einfach nur eine Elektronik, die kaputt ist. Defekt. Wer nicht? Liebe Trauergemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um ein letztes Mal Abschied zu nehmen von der PlayStation VR-Brille. Das Leben ist nicht immer fair, deshalb liegt es an uns, es so fair wie möglich zu gestalten. Das Leben kann hart sein und ist es auch. Falls jemand letzte Worte hat, kann er dies nun tun. Du warst und bist einfach alles für mich gewesen und bist es bis heute noch. Wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. Du wirst für immer in meinem Herzen bleiben. Du bist alles für mich. Nichts könnte dich jemals ersetzen. Hallo? Die Post, ihr Paket ist da. Endlich! Ah, danke, das ist noch für Sie. Ja, alles klar. Schönen Tag noch. Was ist denn Weg? Wir haben schon so viel gemeinsam in VR erlebt. The Impatient Superhot Skyrim Batman VR Bravo Team Paranormal Activity The Exorcist Resident Evil 7 Firewall Effected The Manor A Fisherman's Tale Blood and Truth Spider-Man Homecoming L.A. Noire Contagion VR Outbreak Star Wars Ah, der klebt uns am Arsch. Unfassbar! Und wir freuen uns darauf, was wir alles noch entdecken und gemeinsam erleben werden. Also, schnallt euch an, Freunde. Let's go.